Brasilien. Mehr als 200 Millionen Einwohner, jeder zehnte davon im Großraum St. Paulu. Wer in dem südamerikanischen Land den Medienmarkt beherrscht, gehört dort offenbar zur Allgemeinbildung. Das Medienkonglomerat der Globo Group, das größte Lateinamerikas. Auf März einem Drittel der Fernseher-Brasiliens läuft täglich TV Globo. In absoluten Zahlen sind das knapp 100 Millionen Zuschauer, die ein und dieselbe Nachrichtensendung schauen. Doch dies ist nur ein Teil der Wahrheit über den brasilianischen Medienmarkt. Auch die anderen Ergebnisse des Media Ownership Monitors von Reporter ohne Grenzen sind alarmierend. In fast allen Bereichen stehen die Indikatoren auf Rot. Erschwerend kommt hinzu, kaum Fortschritte bei der Alphabetisierung großer Teile der Bevölkerung. Und seit kurzem auch noch ein gewählter Präsident, der offen die Presse attackiert und droht. Also was es in den Ländern in der Regel gibt, ist einmal so ein Grundgefühl über Medienbesitz. Ja, ja, das sind irgendwelche Oligarchen oder reiche Leute oder Politiker, die da irgendwie die Fäden ziehen. Und was es oft auch gibt, sind wirklich sehr, sehr tiefgehende wissenschaftliche Analysen. Aber was eigentlich fehlt, ist das, was dazwischen ist. Nämlich das Wissen, was oftmals schon existiert, so verfügbar zu machen, dass eigentlich jeder Normalbürger was damit anfangen kann. Und das Gefühl, was er hat vielleicht oder irgendwie schon mal irgendwas gehört, auch wirklich nachprüfen kann. Und unser Ziel ist es wirklich, ein Gesicht neben das Logo einer Zeitung oder eines Senders zu platzieren. Und das ist wirklich neu. Die Präsentation der Ergebnisse in São Paulo fiel auf großes Interesse der brasilianischen Zivilgesellschaft. Von den großen Medien selbst kam keiner. Doch vor der Präsentation stand eine aufwendige Recherche. Vier Monate hat Reporter ohne Grenzen gemeinsam mit der brasilianischen Partnerorganisation InterVoices in dem Land recherchiert. Länger als bei allen anderen Projektländern bisher und unter teils widrigen Umständen. Ein Problem, insbesondere für die Forschung. Das ist wichtig. Um in einem strengen Zeitrahmen die diversen Daten von 50 Medienunternehmen und 26 Besitzern aus den unterschiedlichsten öffentlichen und nicht-öffentlichen Quellen zusammenzubringen, hat das Team mit knapp zwei Dutzend wissenschaftlichen Beiräten zusammengearbeitet, die halfen, die Daten einzuordnen. Auch für Reporter ohne Grenzen hat das Projekt mit strategischer Bedeutung. Die Daten liegen jetzt vor. 50 Medien und ihre Besitzer. Frei abrufbar in der Datenbank des Media-Ownership-Monitors. Ob der neu gewählte Präsident sich für mehr Medienvielfalt und Pressefreiheit einsetzen wird, erscheint allerdings fraglich. Er hatte seinen Wahlkampf größtenteils ohne die Unterstützung der großen Medien geführt, über Twitter, Facebook und WhatsApp. Hertha hatte seinen hit. Der hat denigenden Kitzender der öffnenden Kitzender kreisen, die mitzvielfalt in der Kontrolle. Er hat seine Hörnungssträhen und Berhauf anbietstürmen. Er war mitzvielfalt. Er war mitzvielfalt und Kundenbeidung. Er war mitzvielfalt und Brügel.